Gehen wir weiter zum Thema Sensorik. Sensorik ist einer der Aspekte, die euch beim Thema Kaffee besonders helfen. Wenn ihr noch nicht so viel mit dem Thema Kaffee zu tun hattet, wird eure Sensorik wahrscheinlich noch nicht so gut ausgebildet sein. Das macht es euch schwer, Kaffees einzusortieren, Unterschiede zu bewerten und daraus einfach auch Erfahrungen abzuleiten, weil ihr einfach so feinstimmige Sinne noch gar nicht habt. Das ist nicht schlimm. Betrachtet Kaffee als eine Reise, bei der ihr euch entwickelt und gewisse Dinge mit der Zeit erfahrt und immer besser werdet. Was passieren muss, ist, dass im Gehirn sehr viele kleine Schubladen entstehen, in denen ihr diese Erfahrungen einsortieren könnt. Bei mir war es der Wein damals. Ich hatte, als ich das erste Mal zum Thema Wein gekommen bin, nicht besonders viel Erfahrung und habe einfach Weine getrunken. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt was, was mir schmeckt und irgendwas, was mir nicht schmeckt. Und irgendwann fängt man an, das genauer differenzieren zu können, kann das Ganze auch eher benennen, was der Unterschied dazwischen ist. Und dann irgendwann hat man einen Grundwortschatz, mit dem man das Ganze beschreiben kann. Das ist beim Kaffee genauso. Fangt einfach an, kauft euch viele verschiedene Sorten Kaffee, schaut, was euch schmeckt und was euch nicht schmeckt und versucht genauer darauf zu achten, warum das so ist. Also nicht nur etwas trinken und sagen, mag ich nicht. Das ist in Ordnung, persönliche Vorliebe. Aber schaut auch drauf, was genau ist es, was euch nicht gefällt. Ist es ein spezielles Merkmal? Ist es die Gesamtheit verschiedener Merkmale? Wenn es nur ein spezielles Merkmal ist, wie müsste es sein, damit es euch besser gefällt? Also versucht etwas analytischer an das Thema Kaffeetrinken ranzugehen. Das ist nicht so romantisch, wie einfach mit einer Zeitung in der Sonne zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Aber es hilft euch eben, diesen Wortschatz zu bilden. Je mehr ihr über das Thema Sensorik wisst, desto exakter könnt ihr später auch in der Zubereitung, wenn ihr anfangt selber Kaffee zu brühen, die einzelnen Schritte bewerten. Hat euch das mehr in eine Richtung gebracht, die euch gefällt oder seid ihr weg davon gegangen? Dadurch könnt ihr wieder Maßnahmen ableiten beim ganzen Brühen. Das hilft euch also sehr. Also kauft euch viel Kaffee, probiert ihn aus und versucht sehr genau zu beschreiben, wie der Kaffee für euch ist. Gehen wir mal in das Thema rein. Wir haben es in unseren Schulungen vor Ort immer wieder, dass wir feststellen, dass Personen Schwierigkeiten haben mit der Kalibrierung, wenn es um sauer und bitter geht. Das ist ein kleines Problem, weil abhängig davon, ob man einen Kaffee als zu sauer oder als zu bitter empfindet, muss man andere Dinge beim Brühen beachten, tun, Dinge verändern, um das entsprechend einzustellen. Deswegen ist es sehr wichtig zu unterscheiden, ist etwas sauer oder bitter. Da viele Leute Probleme damit haben, weil man es so differenziert oft gar nicht gebraucht hat in der Vergangenheit. Man sagt einfach, ich mag das nicht, das schmeckt mir nicht und damit ist das Thema erledigt. Aber es ist wichtig, differenziert auch hier drauf zu schauen und einfach zu sagen, ist es jetzt bitter oder ist es sauer und aus welchem Grund mag ich es nicht. Und vor allem, wie viel zu sauer und wie viel zu bitter ist mir das Ganze. Weil das alles Einfluss darauf hat, wie ich später brühe. Also was ist die Grammzahl, die Dosis, Kaffee, mit der ich brühe, was ist der Mahlgrad, was ist die Brühzeit. Also das sind alles Dinge, die man variiert, abhängig davon, wie mir das Getränk schmeckt. Noch ein kleiner Exkurs an der Seite raus. Lasst euch nicht irritieren, wenn ihr mit Leuten über Kaffee sprecht, dass die sagen, ja das schmeckt ja gar nicht, aber euch schmeckt eine bestimmte Sache sehr. Es geht nicht darum, wie anderen Leuten Kaffee schmeckt, es geht darum, wie er euch schmeckt. Und relativ zu dem Punkt, wo ihr hin wollt, müsst ihr den Kaffee so einstellen, später beim Brühen, wie ihr ihn mögt. Deswegen ist es dieser direkte Vergleich mit anderen manchmal nicht so gut, weil er euch auch in eine andere Richtung bringt. Was man wissen muss beim Thema Sensorik ist, dass jeder von uns eine andere Grundprägung mitbringt. Heißt, wenn ich in einem Kulturkreis aufgewachsen bin, Asien, wo sehr scharfe und intensive Gewürze zum Beispiel verwendet werden, habe ich eine andere Prägung, was geschmackliche und aromatische Dinge angeht, als ein Deutscher, der Sauerkraut und irgendwie andere deftige Gerichte nur kennt. Da hat man einfach was anderes. Das ist jetzt weder gut oder schlecht, aber man hat einfach eine andere Grundprägung und interpretiert neue Eindrücke entsprechend anders. Also akzeptiert, dass ihr es anders empfindet als jemand anders und habt einfach Spaß an der Reise und versucht euch da rein zu versetzen. Gehen wir zurück zum Thema Zunge, Kalibrierung, Geschmack. Also sauer und bitter müsst ihr unterscheiden. Zu Hause könnt ihr das Ganze ausprobieren, indem ihr zum Beispiel mit sehr dunkler Schokolade mal rumprobiert. Wenn ihr rankommt, könnt ihr Chenin euch besorgen. Ganz, ganz fein dosiert. Das ist so ekelhaft bitter und intensiv. Also da reicht wirklich an einer Messerspitze, einem Spitzenmesserchen vorne ein paar Krümel auf mehrere Liter, um das furchtbar bitter zu machen. Übertreibt es nicht, weil das auch nicht gesund ist. Aber das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Säure ist relativ einfach. Ihr kauft einfach einen Zitronenextrakt im Supermarkt, mit dem ihr ein bisschen spielen könnt und könnt dann einfach schauen. So, wenn ihr jetzt merkt, ihr nehmt etwas in den Mund und habt nicht sofort den Impuls, dass ihr wisst, was das Ganze ist, weil das Gehirn euch sagt, das gehört in die Schublade, könnt ihr mit den sensorischen Eigenschaften auf der Zunge arbeiten. Was ihr macht, ist, ihr schließt die Augen und versucht darauf zu achten, an welcher Stelle der Zunge ist der Reizimpuls am höchsten. Wo spielt die Musik am lautesten? Und dann merkt ihr, ist es die Zungenspitze oder wandert es von der Spitze an die Seite, nach hinten oder sogar auf die Zunge oben drauf. Und dann wisst ihr, an der Zungenspitze ist es süß, dann wird es salzig, dann wird es sauer weiter hinten an der Seite und oben auf der Zunge habt ihr primär den bitteren Eindruck. Das heißt, abhängig davon, wo der Reiz für euch am deutlichsten ist, merkt ihr, was es ist. Das macht ihr ein paar Mal und schon habt ihr diese Kalibrierung wieder in Ordnung gebracht, dass ihr relativ schnell unterscheiden könnt, was ist bitter, was ist sauer. Das hilft euch. Kommen wir zum Thema Geschmack nochmal an der Stelle. Warum ist Geschmack überhaupt so wichtig? Was passiert im Gehirn, wenn ihr Dinge wahrnehmt? Ich vergleiche das ganz gerne, wenn ihr Joggen geht und auf einmal die Atmung sich hochreguliert oder wieder runterreguliert, abhängig davon, wie intensiv ihr Sport gemacht habt. Das merkt ihr nicht. Der Körper hat Mechanismen, mit denen er euch durch den Tag bringt, die im Hintergrund passieren, bei denen ihr in der Regel nicht mitbekommt, dass sie da sind. Und die euch aber helfen, gewisse Sachen zu machen, ohne zu viel Energie, Gedankliches darauf zu verwenden. Jetzt habt ihr aber bei diesen Sachen immer die Möglichkeit, das zu überschreiben. Das heißt, ich kann jetzt so entspannt hier stehen wie jetzt und überventilieren und atme trotzdem schnell, was jetzt nicht unbedingt die beste Wahl ist, wenn ich es länger mache. Aber es könnte ich tun, ich kann genauso versuchen, nach dem Joggen direkt die Luft anzuhalten. Das geht. Heißt, übertragen auf das Thema Geschmack beim Kaffee, was passiert, wenn ihr was konsumiert, ist eine Abfolge von verschiedenen Eindrucksbewertungen im Gehirn, die in einer Kettenreaktion ablaufen, die erst am Ende dieser Reaktion euch die Gesamtheit, in dem Fall vom Kaffee, erfahren lassen. Das bedeutet, ihr nehmt irgendwas von der Müllhalde, vergammeltes Lebensmittel und wollt das euch zuführen. Ihr merkt sehr schnell an der ersten Geruchsprüfung, dass das faulig ist, dass das nichts ist, was ihr euch in den Mund stecken wollt. Heißt, in dem Moment brecht ihr ab und nehmt die folgedinge nicht weiter wahr. Was noch passiert, ist eine Prüfung, wenn ihr was in den Mund nehmt, wie ist die Temperatur, verbrennt ihr euch. Wer von euch schon mal eine heiße Suppe gegessen hat, hat sich die Lippe verbrannt, merkt relativ schnell, dass ihr nicht wisst. Also verbrannt, ausgespuckt, Thema beendet. Aber ihr merkt, ihr wisst im Nachhinein nicht, welche Aromen hatte die Suppe und auch nicht, war die jetzt sauer, süß, salzig. Wie waren die Geschmacksattribute? Das wisst ihr nicht, weil ihr viel früher mit der Wahrnehmung aufgehört habt, weil es auch nicht relevant war. So, beim Kaffee bedeutet das, dass ihr diese Abfolge von verschiedenen Dingen erstmal durchlaufen müsst. Das heißt, ihr habt eine erste sensorische Prüfung, danach kommt eine Prüfung der Temperatur, eine erste Texturprüfung. Also sind da normalerweise Knochen, Gräten, irgendwas drin, was man nicht im Mund nehmen will, nicht schlucken kann. Solche Sachen hat man im Kaffee alles nicht. Aber dann kommt ihr an einen Punkt, da geht es um den Geschmack. Und bei Geschmack ist es die Balance der geschmacklichen Attribute, süß, sauer, salzig und bitter. Erst wenn das in einer bestimmten Harmonie vorhanden ist, nimmt der Körper oder das Gehirn im letzten Schritt die Aromen wahr. Die Aromen, die chemischen Bausteine, die sind schon am Riechkolben angekommen, wurden schon bewertet, aber die liegen erstmal nur als Information vor und werden nicht ausgewertet, verarbeitet. Erst wenn die geschmacklichen Attribute stimmen, geht es an die Aromen und dann bekomme ich die Gesamtheit der Eindrücke, was ein Kaffee mitbringt. Ihr müsst wissen, dass Bitterkeit oft Gift bedeutet und deswegen einfach eine zu hohe Bitterkeit nicht angenehm ist. Für euch ist es wichtig, wenn ihr später Kaffee zubereitet, dass ihr eine Balance eben zwischen der geschmacklichen Attribute herstellen müsst, damit im letzten Schritt die Aromen richtig wahrgenommen werden. Ansonsten passiert das einfach nicht. Und erst dann habt ihr bei einem sehr hochwertigen Kaffee, der vielleicht ganz feine Nuancen mancher Aromen nur hat, die kriegt ihr vielleicht gar nicht mit, wenn er zu sauer oder zu bitter ist. Was auch oft der Grund ist, dass Leute Kaffees ablehnen, weil sie einfach sagen, der ist mir zu sauer, da ist mir egal, welche Aromen der hat. Also, an der Stelle geschmackliche Attribute, sehr wichtig. Einmal die Kalibrierung der Zunge, probiert es zu Hause aus, nehmt dafür irgendwelche bitteren Lebensmittel, sehr, sehr dunkle Schokolade geht, wobei da halt immer noch Aromen direkt mitkommen. Wie gesagt, Genin geht, allerdings ganz, ganz, ganz vorsichtig dosiert und Zitronensäure. Kommen wir zum Thema Säure. Es gibt noch einen Aspekt, der in die ganze Wahrnehmung von Kaffee hineinspielt und das ist die Temperatur. Die Säure ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Ich nehme immer als erstes Beispiel dafür das Eis im Sommer von dem italienischen Eissalon. Ihr geht hin, kriegt eine Kugel Eis, die ist furchtbar kalt und ihr schlägt an der und die ist okay. Die ist nicht zu süß, die ist genau in der Balance. Jetzt merkt ihr, dass das Eis schmilzt. Dadurch wird es viel, viel süßer und die ganzen Eindrücke geschmacklich kommen viel stärker heraus. Was da passiert ist, dass die Kälte die süße Wahrnehmung hemmt. Je kälter etwas ist, desto weniger süß nehmt ihr das wahr. Umgekehrt ist es bei der Säure. Je heißer etwas ist, desto mehr ist eure Säure-Wahrnehmung gehemmt. Bedeutet, wenn ihr einen sehr heißen Kaffee habt, empfindet ihr den nicht als sauer. Wenn er abkühlt, kann er tatsächlich einen gewissen Säure bekommen. Bedeutet für einen Kaffee, der sehr heiß ist, dass ihr tendenziell weniger Säure merkt im Vergleich zu dem, wenn er abgekühlt ist. Das hat mehrere Seiteneffekte. Auch hier ist es wieder so, dass das Gehirn mehrere Eingangsimpulse braucht, um daraus eine Wahrnehmung abzuleiten oder einen Trigger auszulösen. In dem Fall ist es so, dass wenn ihr fruchtige Noten wahrnehmen wollt, für das Gehirn automatisch immer auch Säure dazugehört. Der Unterschied ist ein anderer, als wenn ihr einen Apfel in der Hand haltet. Er hat ein gewisses Gewicht, er hat eine Farbe, ihr fühlt ihn, ihr könnt reinbeißen, ihr habt die Textur im Mund, ihr schmeckt die Säfte, wie sie rauskommen. Also diese ganzen Informationen verarbeitet ihr normalerweise zum Thema Apfel. Jetzt trinkt ihr einen Kaffee und sucht nach so einem Aroma, einem Kaffee, Zitrone, irgendwas, dann fehlt euch diese ganze Information. Und einfach aus den Aromen alleine erzeugt das Gehirn noch nicht eine intensive Wahrnehmung, fruchtig, zitronig, sondern erst in der Kombination mit Säure, weil Früchte meistens mit Säure einhergehen. Bedeutet, wenn die Säurewahrnehmung bei euch steigt, steigt automatisch auch die Wahrnehmung der Fruchtigkeit eines Kaffees. Wenn er denn diese Aromen hat. So, was da genau passiert, habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr irgendwo einen Filterkaffee trinkt, dass wenn der sehr heiß ist, kommt er euch nicht fruchtig vor. Es kann sogar sein, dass er Karamellnoten hat, irgendwas in die Richtung. Und wenn er dann die nächsten Minuten langsam runterkühlt, merkt ihr, dass eine gewisse Frucht dominiert. Dass er vielleicht zitronige Noten bekommt, Orangenoten, Grapefruit, irgendwas. Die dann einfach rauskommen, weil die Temperatur eine andere ist. Was tatsächlich passiert ist, die Säure im Getränk selber hat sich nicht verändert, im gebrühten Kaffee. Die ist identisch, nur eure Wahrnehmung hat sich geändert. Und das ist eben abhängig von der Temperatur. Deswegen ist es auch immer ganz interessant, wenn man einen Kaffee trinkt, den über verschiedene Trinktemperaturen sich mal zu bewerten. Gehen wir weiter zur Wahrnehmung, wie ihr Kaffee, wir waren eben beim Geschmack, jetzt gehen wir ein bisschen auf die Aromen, wie ihr das Ganze wahrnehmen könnt. Und da ist es so, dass ihr das Ganze wahrnehmt über die Riechkolben, die im Nasenrachenraum hier oben sitzen. Das sind die kleinen Sensoren, an denen die chemischen Bausteine andocken und einfach dann als Aroma interpretiert werden. Der einfachste Weg, um da hinzukommen, ist, wenn ihr Kaffee schlürft. Also es gibt zwei Wege, wie die Luft da hinkommen kann. Nasal, durchs Einatmen und durch die Nase. Und Retro-Nasal, also alles, was durch den Mund einatmen, was dann von hinten wieder nach vorne zurückkommt. Das sind zwei Wege, wie das Ganze hingeht. Deswegen empfiehlt es sich, ich greife jetzt mal kurz zu einer Tasse, wenn ihr eine Tasse habt und wollt wissen, wie der Kaffee riecht, der da drin ist, dass ihr eben nicht nur mit der Nase so riecht, sondern mit geöffnetem Mund alles da reinhängt. Durch die Nase zwar atmet, einatmet, aber der Mund dabei geöffnet ist. Und ihr werdet feststellen, dass ihr viel mehr Aromen reinbekommt, wenn ihr nur an der Tasse riecht. Mund geöffnet, durch die Nase einatmen, leicht, könnt ihr einfach viel mehr Aromen wahrnehmen. Parallel dazu, wenn ihr Kaffee verkostet und schlürft, ist es wichtig, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dieses klassische Kappim, machen wir auch nochmal in einem anderen Video, könnt ihr schlürfen. Bei dem Schlürfen geht es darum, dass ihr möglichst feine Partikel erzeugt in der Luft, dass die Aromen aus der Flüssigkeit sich in die Luft leichter übertragen und dadurch auch eben an den Riechkolben besser gelangen können. Was ihr wahrnehmen könnt, sehen wir in dieser Folie. Das sind zwei Darstellungen der Aromen im Kaffee. Das ist von der Specialty Coffee Association eine Darstellung. Es gibt links eine ältere Darstellung, die optisch nicht so schön aussieht wie die rechte, die aber funktionaler ist für jemanden, der einen Einstieg braucht in dieses Thema. Ihr seht dort aufgeschlüsselt die Menge aller Aromen. Wenn wir uns das Neue angucken, seht ihr, dass da sehr, sehr viele Begriffe drauf sind. Und wenn ihr euch daran orientiert, gerade wenn ihr anfangt, seid ihr eigentlich erschlagen. Ihr habt was im Mund und wollt einfach kurz zuordnen, was ihr da vor euch habt. Und es ist einfach so furchtbar schwer, einmal dieses komplette Rad zu erfassen und dann wirklich zu sagen, welche Aromen habe ich denn jetzt eigentlich. Die Wahrnehmung von Aromen ist mehr eine spontane Sache. Ihr nehmt was im Mund und habt sofort den Eindruck, den ihr haben wollt. Wenn ihr zu lange rumüberlegen müsst, was drin ist, wird es schwierig, überhaupt was festzustellen. Deswegen hilft euch diese Art der Darstellung eher nicht, das ist was für Leute, die das Ganze professionell machen und schon sehr viel sensorische Erfahrung haben, die nicht mehr eine Hinleitung zu einem Aroma brauchen, sondern einfach wissen, was drin ist und einfach nur eine feinere Klassifizierung brauchen, eine Gedankenstütze. Wenn ihr was braucht, was euch wirklich von Anfang an mitnimmt, ist es diese Darstellung. Was ihr sehen könnt, ist, dass die Aromen in drei Kategorien unterschieden werden. Enzymatisch, Sugar Browning und Dry Distillation. Beschreibt aber, zu welchem Zeitpunkt diese Aromen entstanden sind. Enzymatische Aromen sind Aromen, die beim Wachstum der Pflanze entstehen. Die sind schon drin im Rohkaffee. Die kann man manchmal nicht so rauslösen, weil der Kaffee auch sehr viel unangenehmer Aromen mitbringt. Gerade grüne Noten, das ist alles, was so Richtung Kräuter geht und grasig. Das sind Sachen, die auch andere Sachen überdecken können. Deswegen muss das erstmal in irgendeiner Form durch das Rösten in Ordnung gebracht werden. Aber grundsätzlich gilt, enzymatische Aromen sind schon vorhanden im Rohkaffee. Dann gibt es Aromen, die entstehen bei der Röstung des Kaffees. Das nennt man Sugar Browning. Sugar Browning sind Aromen, die durch die sogenannte Maillard-Reaktion entstehen. Durch eine Kettenreaktion der chemischen Bausteine, die im Kaffee drin sind. Ich vergleiche das gerne mit einem Säckchen Lego-Bausteine. Das ist unsere Kaffeebohne und da sind ganz viele Lego-Bausteine drin. Die Lego-Bausteine sind unsere chemischen Bausteine. Und was jetzt beim Rösten passiert, ist, dass diese Bausteine in verschiedenen Kombinationen zusammengesteckt werden, wieder auseinandergebrochen werden, anders zusammengesteckt werden und irgendwann entstehen dadurch Aromen, die eine bestimmte Form haben, in einer gewissen Menge. Wenn ich jetzt bis zu diesem Punkt röste, habe ich diese Aromen, röste ich über diesen Punkt hinaus, werden die wieder auseinandergenommen, es wird was Neues gebaut und ähnlich wie bei einem Kind, was mit Lego spielt, verliere ich auf dem Weg die ganzen Bausteine. Am Ende bleibt nichts mehr übrig. Das heißt, wenn ich einen Kaffee habe, der komplexer ist und viele chemische Bausteine mitbringt, können im Bereich Maillard-Reaktion Aromen entstehen, die man diesem Bereich Sugar Browning in der Mitte zuordnet. Dann haben wir den letzten Bereich, Dry Distillation. Das sind Aromen, die durch die Verbrennung im Kaffee entstehen. Das heißt, ich habe den Kaffee so lange gebrannt, dass die Faserstoffe anfangen wirklich zu verbrennen und dann bekomme ich Aromen, die halt eher in dieses Spektrum fallen, was halt würzig und harzig und eben auch ganz viel verbrannte Noten sind. Das heißt, abhängig davon, in welchem Röstgrad ihr zum Beispiel einen Kaffee vorfindet, eher heller oder dunkler, könnt ihr hier schon eher sagen, ich finde da wahrscheinlich eher enzymatische Aromen drin oder bei einer sehr dunklen Röstung eher Dry Distillation Aromen. Das könnt ihr ungefähr sehen. Und abhängig davon könnt ihr hier auch schon so ein bisschen eine Auswahl treffen, welchen Ausschnitt wollt ihr euch überhaupt anschauen. Also bei einer sehr höllen Röstung macht es eigentlich keinen Sinn, nach brandigen Noten zu suchen oder nach irgendwas, was harzig ist. Das heißt, ihr könnt es eine Tortenstück an der Seite rausnehmen, braucht ihr nicht zu betrachten, ihr guckt eher, ist da was Fruchtiges drin. Umgekehrt, bei einer sehr dunklen Röstung braucht ihr nicht gucken, ob da was Blumiges drin ist, also könnt ihr auch da vielleicht ein bisschen was eingrenzen und euch die Bewertung leichter machen. Diese Form der Darstellung hilft. Und wir gehen mal weiter zum Thema Röstprozess. Wir haben gerade schon ein bisschen vorgegriffen. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal genau anschauen. Bis zum nächsten Mal.